Hier haben wir eine schöne Hecker Classic für euch in 1,90 m, 2,50 m und die Insel in 1,90 m x 93 cm. Die Küche ist ausgestattet mit einer Geräteausstattung gemischt der Firma Miele und Gaggenau. Wir haben in der Insel der grifflosen Küche Miele-Haube, haben ein Grillfeld, Kochfeld und einen Tepan und einen Miele-Backofen. Der Kühlschrank ist von der Firma Gaggenau, ebenso wie der Geschirrspüler, der unterhalb der Spülenseite angebracht ist. Es gibt ein Relingsystem, sowie genug Stauraum im Oberschrankbereich. Und natürlich ist auch diese Küche individuell auf die entsprechende Raumlösung anpassbar. Wir beraten euch gerne, einfach melden. Auch jetzt sind wir telefonisch und per E-Mail zu erreichen oder per Skype. Wir kümmern uns.